hallo meine lieben nils hier noch mal zu underwater cities aus dem hause pegasus ein expertenspiel was eigentlich von delicious games kommt ja was fällt mir zu underwater cities ein das ganze ist natürlich ein tolles knobelspiel und die parallele die sich mir sofort aufdrehen ist natürlich zu terraforming mars hier die gehen wir anstatt auf den mars in das wasser aber sehr 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 ähnlich also an vielerlei stelle sehr verkopft und sehr kompliziert man muss sich nur mal angucken wie dieses ding aussieht klar das hat man irgendwann schnell aber man muss das machen gleichzeitig muss man ebenfalls sagen da steht auch einiges an text drauf was man dann wissen muss und auch immer wieder lesen muss aber es hat eben wie bei terraform im mars diese ganzen karten kombos ihr habt das ja gesehen wie ich das mit den tunnel genutzt habe es bringt hast du dies kriegst du das kriegst du das kriegst du das kriegst du jenes wie bei einem klassischen worker placement spiel sind die worker spots hier sehr limitiert aber man kriegt trotzdem eigentlich oft was ab was man will und was man gut findet ich muss auch auf jeden fall ein wort zur qualität verlieren das hier ist eine dicke pappe auch diese spielmatten wie bei terraforming mars sind einfach nur pappe das ist natürlich nicht das was ein vielspieler ein experte haben will und das macht es auch ehrlich gesagt sehr schade weil ja ich finde das spiel hätte mehr verdient man könnte das richtig aufbinden und ist mir aber auch klar dass natürlich hier im wesentlichen dass eine preisfrage ist und ob man das aufpimpen will oder muss das ist es natürlich auch nicht wert das kann aber jeder für sich selber entscheiden diese plastik schälchen kommen natürlich nicht die habe ich mir selber dazu gestellt auch die wären sinnvoll weil man sonst eben nur diese pappmarker als ressourcen hat also lange rede kurzer sinn vom material her ist es funktional aber sicherlich kann man nicht von top notch reden hier das kann man einfach nicht das ganze ist funktional wirkt auch an der einen oder anderen stelle eher auf günstig produziert dafür hat es dann natürlich aber auch einen im umkehrschluss ein sehr sehr fairen preis für sehr viel spiel spieltiefe das kriegt man hier in diesem expertenspiel viele tolle kombos und wie das so bei karten kombos ist diese stapel sind natürlich dick und da gibt es gute nicht so gute und auch ganz schlechte karten drin es ist kein beinbruch wenn man es nicht schafft mit der farbe das zu matchen und das wird natürlich bei mehr spielern etwas komplizierter wobei da immer noch ein aktionsfeld auf der anderen seite pro farbe dazu kommt aber nicht so stress nicht so trotz das ist kein beinbruch für ein optimales spiel sollte man aber natürlich jede runde eine karte auf der farbe haben die zu der farbe passt die man spielt ja alles in allem hat mich underwater citys gepackt ich mag es deutlich lieber als terraforming mars für mich ist es auch der terraforming mars killer weil es einfach mehr hat terraforming mars ist eben nur karten nur drafting dieses hier ist worker placement auf dem spielfeld und dann kombos machen das ist für mich für mich ganz persönlich das viel 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 bessere spiel also um länge aber das kann wie gesagt auch jeder selber sehen wie er möchte so habe ich underwater citys das neue expertenspiel von pegasus gesehen ich fand es sehr gut und habe mich richtig gefreut spielen zu können und werde das auch noch sehr häufig machen vielleicht sogar solo wobei ich noch nie ein großer solospieler war bis zum nächsten mal euer nils lasst mir ein abo da like mich subscribe mich ihr kennt das bis zum nächsten mal tschüss e you